Wir haben den fünften Teil mit einer Triple-Halbe-Drehung aufgehört. Rechter Fuss, Triple-Turn, der linke Fuss ist frei. Wir machen eine halbe Drehung, rechts herum nach hinten. Nachher ein Schritt mit dem rechten Fuss nach hinten und ein Coaster-Cross. Mit dem linken Fuss angefangen, Coaster-Cross. Und anschließend noch ein Kick-Ball-Cross, mit dem rechter Fuss angefangen, Kick-Ball-Cross. Auf diesem Ort finden die erste, zweite und der vierte Restart statt. Allerdings, der Tanz geht weiter bei einigen anderen Wänden, die werden wir jetzt nochmal anschauen.